... finsteren Achse des Bösen und schnitteten im Schaum des Kinderfalls einen verscheuen, düsteren Plan, der die Welt, wie sie damals existierte, ins Aukarus stürzen wollte. In ihrem rastlosen Hass und ständig umgebender Finsternis mutierten sie zu sonnebare Wesen, mit Todes lebendig und getrieben fortzunehmen, auf das Licht der Götter, ihre stärklichen Untergebenen. Die Menschen wurden durch ihre Wut auf das unerreichbare Dämoniad und versuchten, den Tag einen Tag aus mit Erklis und Töcke ihren Gottherden gefährlich zu werden. Musik 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 Das war's für heute. 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 Das war's für heute.